Was muss es immer besser gehen? Verstehen macht doch keinen Spaß! Warum traut man nicht in mir im Kraft oder im Mittelmaß? Nicht erfüllte Ambition ist doch kein tödlicher Schmerz. Rettet dich in Zufriedenheit, denk an die gute Laune und dein Herz. Ja, ja, ja... Gefühle machen das Erlebte wahr, Emotionen sind niemals abstrakt. Gefühle reichen dich wie Donner und Glitzen, sie sausten durch und durchwischen, Dr. Wappen. Gut, gibts noch den Verstand, der Verstand lässt uns große Schocken, der Verstand bringt die Dinge in der Relation. Immer nur, gib mal den Kampf verlösen, kann ganz schön blöde sein. Ja, ja! Ja, ja. Plan B muss nicht schlecht sein, Plan B kann ganz recht sein. Bis zum nächsten Mal.